meine liebe freundin mein lieber freund was in eigener sache wir haben ein video hochgeladen und zwar ein whitney web interview wo sie eine bitcoin voraussage getroffen hat black rocks nächste pläne werden die welt schockieren das wird es ab morgen nur noch auf odyssey geben und zwar aus folgendem grund wir haben eine urheberrechtsanspruchnahme bekommen für das video mit sieben tagen zeit mir ist das ein bisschen spät aufgefallen so dass ich nur noch zwei tage zeit hatte und zwar kann man das hier sehen die deaktivierung ist ausstehend bis zum 27 märz und wenn das bis dahin nicht gelöscht wird dann soll es ein strike geben so habe ich es auf jeden fall verstanden dazu gab es eine e mail und ich habe mich an die e mail adresse gewandt und zwar mit dieser e mail hier unten und zwar habe ich geschrieben dass wir eine deutschsprachige version dieses videos black rocks next plans will shock the world whitney web bitcoin prediction erstellt haben dass ich jürgen bin und einen kleinen deutschsprachigen youtube kanal habe augen auf medienanalyse video translate projects mit 12.000 abonnenten und dass der nicht kommerziell nicht monetarisiert ist komplett privat und eine freizeitinitiative ist dass das video jetzt nur jetzt hat 7000 aufrufe ungefähr und das ist ja schade wäre wenn es gelöscht werden würde und dass ich schon erlaubnisse von redacted news james corbett oder eine zusammenarbeit mit david rogers web auch um zwei ecken habe und dass wir alle denken dass es richtig wichtig wäre solche informationen auch an deutschsprachige benutzer zu teilen und dass ich mich deswegen sehr gut darüber freuen würde wenn er nachträglich eine erlaubnis geben würde dass man dieses video auf meinem kanal angucken kann und ob er nicht sein lösch antrag bei youtube wieder zurücknehmen mag er fragt dann dagegen ob die wahrscheinlich die erwähnten personen mir auch die erlaubnis gegeben hätten sein thumbnail zu benutzen wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin was er meint und ich antwortete nein sie haben nur erlaubnis gegeben für ihre video übersetzung nicht für sein video und das video thumbnail daraufhin schrieb er du kannst es lassen das ist deine wahl wenn du denkst dass du einfach aufwachen kannst und irgendwelche leute video und thumbnail in deinem kanal benutzen kannst ich glaube dir eine nachricht ist zu löschen ich hätte es auch direkt runternehmen können und dann hättest du einen strike bekommen du solltest dankbar sein dass ich dich benachrichtigt habe und das war der letzte stand von ihm ich habe noch mal geantwortet ich bin dankbar unabhängig davon habe ich nur noch deine erlaubnis gefragt nachträglich ich bin sicher dass eine deutsche übersetzung mehr werbung ist als dass es dein einkommen oder deinen ruhm oder irgendwas auf deiner seite reduzieren würde und ich wollte es einfach so original halten wie es war respektvoll und dass ich seine antwort dann wohl als ablehnung verstehe und dass ich mich dafür bedanke dass er mir geantwortet hat also wird deswegen dieses video verschwinden es ist auf odyssey noch da und ja was soll man dazu noch sagen aber das gute ist ich werde die whitney webb anteile die er selber aus dem anderen podcast kopiert hatte einfach noch mal zusammenschneiden und separat hier hochladen es gibt verschiedene motivationen für leute sich an der veröffentlichung von informationen zu beteiligen und unsere ist da glaube ich eine ganz andere als seine das wollte ich auf jeden fall erzählt haben vielen dank für deine aufmerksamkeit und ich würde mal sagen weitermachen bis später abonniere